Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe im Bezirk Amstetten ist am Sonntag der Bundesheerassistenzeinsatz zu Ende gegangen. 18 Soldaten der ABC-Abwehrkompanie Körneuburg sind am Freitag ausgerückt, um Kadavertransporte zu desinfizieren. Indes gibt es zwei weitere Verdachtsfälle im Bezirk Amstetten, heißt es von Seiten des Büros von Landesrätin Susanne Rosenkranz von der FPÖ am Abend. In vier Betrieben ist ein Ausbruch der Krankheit bereits bestätigt worden. Ein Verdachtsfall betrifft den Angaben zufolge eine Firma mit 29.000 Junglegehennen, ein weiterer eine Hobbyhaltung. Alle 78 Betriebe in der Schutzzone um Biberbach seien kontrolliert worden, heißt es. In insgesamt 785 Arbeitsstunden sind 20 Personenkraftwagen, vier Teleskoplader, 18 Hängerzüge und acht LKW mit Containern für den sicheren Abtransport verendeter Tiere dekontaminiert worden, zieht das Militärkommando Niederösterreich in einer Aussendung über den Assistenzeinsatz in Biberbach Bilanz. Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe sind tausende Tiere krankheitsbedingt verendet und mussten getötet werden. Soldaten der ABC-Abwehrtruppe haben eine Schleuse eingerichtet, in der sie vor allem die Radkästen und Unterböden der Fahrzeuge sowie die Container mit den Kadavern desinfiziert haben. Das Zusammenspiel von Bund, Land, Gemeinden und Bundesheer hat hervorragend funktioniert, berichtet Rosenkranz. Mehr als 150.000 Tiere sind nach Angaben des Landes durch eine niederländische Firma getötet und anschließend in LKW-Zügen abtransportiert worden. Ganz Österreich gilt seit Freitag als Gebiet mit erhöhtem Vogelgrippe-Risiko. Verteidigungsministerin Claudia Tanner betont, erneut zeigt sich, wie schnell und kompetent unsere Soldatinnen und Soldaten, in diesem Fall Expertinnen und Experten der ABC-Abwehrtruppe, herausfordernde Einsatzaufgaben lösen. Solche Einsätze beweisen laut der ÖVP-Politikerin, wie wichtig es ist, sich auf komplexe Bedrohungsszenarien vorzubereiten. Auszubereiten